ja das ist jetzt mal was völlig neues eine aufnahme aber diesmal von meinem s4 mini oder genauer gesagt von einem s4 mini ich habe ja so einen ganzen haufen davon und man kann schon erkennen worum es geht es geht um mini craft nämlich um die allerneueste version 055 dies gerade erst eben rausgekommen und was gibt es hier neues man sieht es unten rechts man kann jetzt die kamera drehen also auf mobil auf desktop ging das natürlich schon lange vorher aber ich wollte jetzt extra für das video mal zum zeigen hier mir die möglichkeit geben das soll nicht so bleiben also man soll später die kamera drehen können wie in der pocket edition also indem man einfach ja mitten im bildschirm den fingerraum bewegt ja und das andere was ich zeigen wollte ist dass wir jetzt die möglichkeit haben auf meiner seite da habe ich einen blogartikel drüber geschrieben welten zu speichern und zu laden auf meiner seite und also auch so zu teilen dass andere leute sich dann die welt von einem angucken kann so mal hier reingehen ist noch etwas schwer zu bedienen etwas ungewöhnlich für mich ungewohnt ja die welt die ich nämlich hier geladen habe die auch jeder der zuschauer laden kann die heißt titania und das ist die die langjährigen verfolger werden es wissen das ist die welt die auf meinem minecraft server ist und das ist also genau die gleiche welt vom inhalt genau das gleiche was auf meinem minecraft server ist und jetzt kann ich also hier eine kleine rundfahrt anbieten in dieser virtuellen stadt dieses haus hier lustigerweise kann ich das mal erklären nebenbei dieses haus hier wurde gebaut von djjd das wurde auch etwas sabotiert und das ist der der unter den empfohlenen kanälen in meiner kanal übersicht da die zweitmeisten abos hat naja einige blöcke dies in minecraft gibt die gibt es in minicraft noch nicht das ist so zum beispiel der grund warum wir hier obsidian blöcke im boden drin haben das sind in echten minecraft ausgeschaltete redstone lampen weil es der tag ist oder zum beispiel hier man man kann sich denken dass es eigentlich eine kuchentheke und weil ich noch kein kuchenblock in minicraft habe ist das jetzt ein wallblock so hier ist die die stadtmitte sozusagen mit so einem schönen springbrunnen das ist mir aufgefallen das hat php der die welt hier ursprünglich gebaut hat die karte habe ich auch gespeichert als titania alt glaube ich der hat immer wieder entstehten so ein springbrunnen in die mitte reingesetzt ich frage mich übrigens gerade wie die fps ist also ohne aufnahme waren das so 25 auch hier 15 das geht ja das ist ja zum zeigen ausreichend wer jetzt ein schnelleres handy hat das nicht von 2012 ist wie wie ich jetzt hier der hat wahrscheinlich eine deutlich bessere bildrate und natürlich wie gesagt wenn man nicht gerade den bildschirm aufnimmt ist das auch noch etwas besser kann ich aber meine tastatur zeigen version ja da steht es auch noch mal man hat übrigens eben auch schon gesehen ne hat man nicht gesehen wir haben ja hier ein vollbild modus also die leiste vom browser mit der url und seite neu laden und so weiter das fehlt und wie habe ich das gemacht man kann jetzt die man kann jetzt mini craft als app installieren also wenn man in einen browser der das unterstützt mini craft öffnet abgesehen davon dass wir jetzt auch ein schönes icon haben dann kann man oben rechts war das bei mir auf installieren drauf drücken und dann taucht das auf startbildschirm auf das ist auch ganz praktisch das fällt sich also auf meinem gerät hier wie eine native app so die u-bahnen haben wir auch mit drin es gibt nur eine weitere limitation natürlich muss es ja nämlich ja natürlich schilder gibt es auch nicht und die ganzen bilder fehlen natürlich auch man sieht es wahrscheinlich gleich da unten während bei minecraft ja so eine bauhöhe von 128 256 oder noch größer da ist kann man bei mini craft grad nur 64 blöcke übereinander haben und deswegen musste ich hier beim welt importieren kompromisse machen also der teil hier unten der fehlt einfach und die häuser sind auch oben abgeschnitten ich werde wahrscheinlich später die bauhöhe in mini craft noch erhöhen so dass man dann höher bauen kann und tiefer bauen kann und eben diese welt hier dann auch nicht so abgeschnitten erscheint wir können aber trotzdem mal zur nächsten u-bahn haltestelle hinfahren so und hier wieder raus ah ja toll das ist eine richtig tolle rundfahrt hier wo man einfach genau da noch mal ist wo ich eben schon war nee das ist jetzt langweilig fahr ich mal etwas weiter hier fahr wegen der geschwindigkeit und fahren wir jetzt mal durch den brunnen durch so schöne bäume hier auch interessant die baumaterialien die hier php benutzt hat für manche türme das ist jetzt hier ein diamant turm und das ist ein obsidian turm also diese türme die sind original die sind genauso wie sie ursprünglich waren schöne bäume ach ja das da hinten dass man da noch häuser sieht das ist ein artefakt was daher kommt von der art wie in mini craft hier die chunks geladen werden in mini craft gibt es einen großen chunk der an seinen enden sich unendlich weit wiederholt und je nachdem wo der spieler gerade ist werden da die chance rein eingefügt in diesen großen chunk so dass die illusion entsteht dass man in einer endlos großen welt ist also man kann sich das eigentlich vorstellen wie ein laufband beim laufband da hat man auch im untergrund und läuft und läuft aber in wahrheit kommt man immer an der gleichen stelle raus ja das hier sollte irgendwie ein schweinestall mal sein hat jemand anderes gebaut nicht ich hier ein paar weitere häuser hier links haben wir ein haus in das man schilder reinbauen kann zum thema mobil bärmel bahn wasser gibt es auch nicht deswegen sind die wasser blöcke in wahrheit lapis lazuli blöcke man kann eine man kann also schon eine ziemlich große welt hier in mini craft haben die größe ist aber momentan noch davon begrenzt dass die welt im local storage abgelegt wird und das ist in in den browsern die so verbreitet sind heute leider eine ziemlich begrenzte möglichkeit sachen zu speichern weil man nämlich nur maximal 5 megabyte hat und diese karte hier die titania welt die ist über 100 megabyte groß und man kann sich darf darüber herleiten wie klein das bruchstück ist dass man hier tatsächlich laden und dann ohne internet spielen kann man sieht auch oben rechts ich habe gerade kein wlan nichts anderes komplett offline diese app funktion hat nämlich auch den weiteren vorteil dass das ganze runtergeladen wird also ja richtig gehört es ist eine pwa man kann mini craft komplett ohne internet spielen und muss es natürlich einmal runterladen einmal installieren aber internet ist nicht notwendig um das zu spielen ich habe die sichtweite übrigens jetzt auf so einen punkt gebracht wo der wo nicht so viele chance also wo der super chance nicht so groß ist man aber möglichst viel davon sehen kann deswegen ist auch sind auch diese artefakte wie es eben genannt habe hier so stark vertreten wenn wir jetzt die sichtweite runterstellen jetzt hat er den super chunk verkleinert naja dann müsste das deutlich weniger passieren sieht dafür nicht mehr so schön aus wenn wir andererseits jetzt sichtweite mal auf maximal machen und ja der laihe der wird jetzt denken was da wird das ja ruckeln wir wie wild aber die sichtweite hat nicht so viel mit der fps zu tun bei mini craft das mag erstmal kontra intuitiv wirken aber mini craft läuft ja über raytracing das heißt also das was der das gerät tatsächlich berechnet sind einfach die bildschirm pixel das heißt wenn wir jetzt vor so eine wand vorfahren dann sind sind die einzelnen pixel sehr einfach zu berechnen das ist dann völlig egal wie groß die welt ist oder oder was dahinter jetzt ist also das normale minecraft das muss ja irgendwie alle blöcke die gerade irgendwie in der umgebung sind alle irgendwie berechnen wo die dann dargestellt werden sollen und das ist bei mini craft eben genau anders bei mini craft wird nicht über alle blöcke irgendwas gemacht sondern halt über alle pixel und es werden nur die blöcke angezeigt die von den jeweiligen pixeln gesehen werden können da fällt mir gerade ein dass ich auch noch eine andere kennzahl mal erklären kann also mal gucken was haben wir jetzt oben links hier drin in dem übrigens schade dass das haus jetzt zerstört wurde also das links eben das haus hier rechts das ist ja sowieso irgendwie hässlich aber da fliegt ein paar durch gucken wir uns mal das haus hier an ja hier war vorher so ein leuchtfeuer starb drin der mich genervt hat den habe ich weggemacht in einem letzten video konnte man das sehen ja zu den zahlen die wir oben links hoffentlich erkennen können bei der wahrscheinlich etwas geringeren auflösung wir haben ja die fps zahl kennt man ja dann die tageszeit also 12 uhr 53 ist das jetzt hätten wir jetzt eine uhr hier in dem spiel dahinter ist die tageszeit in tics dann haben wir er das ist die auflösung die bild auflösung also wie viele strahlen getraced werden wie viele ways 240 breit und 127 hoch und das mal 4 heißt dass jeder jeder strahl jeder berechnete bildpunkt mit vier mal vier bildschirmpixeln dargestellt wird wenn wir x1 hätten also für einen bildschirm pixel ein strahl dann wäre das viel zu aufwendig das kann ich einfach mal demonstrieren wenn ich jetzt die auflösung auf 1 stelle man sieht es im video wahrscheinlich nicht ja dann haben wir nur noch zwei fps drei fps das ist schon ein ganz schöner unterschied das sieht jetzt zwar extrem scharf aus für mich auf dem bildschirm aber mit zwei fps macht das nicht so viel spaß wir können das auch umdrehen wir können auch jetzt mal eine sehr niedrige auflösung einstellen also jetzt nur noch 74 mal 39 pixel die berechnet werden und dafür ist das jetzt noch flüssiger als jetzt haben wir wieder 25 fps aber das sieht einfach scheiße aus deswegen so x3 ist auch noch ein guter kompromiss wobei das jetzt mehr ruckelt als eben mal gucken was haben wir noch für zahlen da oben dann haben wir noch d das ist kann man sich denken die sichtweite also wie viele blöcke weit man gucken kann 128 blöcke dann die chunks das sind die anzahlen chunks die geladen sind und hinter dem schrägstrich die anzahlen chunks die insgesamt reinpassen in den super chunk und man sieht gerade die zahl steigt das heißt er lädt währenddessen die chunks in der umgebung und je nachdem wie wir uns bewegen wenn ich mich jetzt weit bewegen würde würde die zahl wieder runter gehen weil er halt wieder neue die richtigen chunks wieder einfügen muss damit wir eben nicht das sehen was eigentlich hinter uns ist sondern ja von diesem endlosen laufband effekt her das richtige sehen dann m das habe ich einfach nur so als gimmick reingemacht das zeigt uns noch mal an wie groß der super chunk im arbeitsspeicher ist 16 kilobyte nimmt der super chunk jetzt weg ach nein quatsch 16 megabyte nimmt der super chunk gerade weg das k dahinter steht dafür kilobyte e das ist auch einfach nur platzhalter das soll dann später anzeigen wie viele entitäten es gibt also zum beispiel mobs oder objekte wie mine cards oder was weiß ich oder der spieler der würde wahrscheinlich auch mit auftauchen position ist die position vom spieler angle ist der winkel wie der spieler gerade guckt block zeigt uns an die koordinaten von dem block auf dem wir gerade rauf gucken und hinter t sehen wir die block id davon also 1 ist stein 15 obsidian 2 ist gras die block id sind übrigens bei minicraft anders als bei minecraft also manche sind gleich aber wenn man dann ein bisschen höher kommt dann werden die ganz schnell unterschiedlich und das ist aber auch völlig egal und chunk zeigt uns an in welchem chunk wir uns jetzt gerade befinden ja das war's von diesen langweiligen aber ich finde doch ganz neuartigen video bei 23 24 23 24 Untertitelung des ZDF, 2020